Im Rahmen des Netzwerks Farbe für Stadt und Land bei der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gattenbau. Wir arbeiten seit mittlerweile sieben Jahren eng zusammen. Unsere acht Mitgliedskommunen der Rhön-Allianz liegen alle im biosphären Reservat Rhön. Und uns liegt der Lebensraum und die Artenvielfalt ganz besonders und herzend. Wenn der Kreuzberg aufhört, wäre ich spätestens gestern aufgefallen. Wir von der Rhön-Allianz pflegen seit Jahren die Kooperation Farbe für Stadt und Land in Zusammenarbeit mit der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau.